Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint zur Glory Showdown. Und alle die, die am Mittwoch den Showdown bereits geschaut haben, wissen auch, dass es jetzt am Sonntag weitergeht. Und nicht nur mit zwei Saisons wie am Mittwoch, sondern die doppelte Anzahl. Wir gehen auf vier Saisons, das Ganze bei mir mit dem FC St. Pauli. Aber ich kann das Ganze nicht alleine machen und deshalb darf sich der Gast vorstellen und auch dabei gerne mal sagen, was bei ihm gleichzeitig auf dem Kanal online geht. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen, das beste Karrieremodus-Duo auf YouTube Deutschland. Es ist wieder back am Start und ja, am Showdown Sonntag das Ganze hier in alter Frische mit einem Käsebrötchen oder dem belegten Brötchen in der Hand. Bei mir auf dem Kanal natürlich ebenfalls vier Saisons, eine Liga drunter. Aber aus der dritten Liga starten wir rein mit ebenfalls einem Aufstiegsaspiranten mit Dynamo Dresden. Link dazu findet ihr auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung. Geht natürlich zeitgleich online. Also Dresden und Pauli, zwei Teams, die in deren jeweiligen Liga ganz oben mitmischen. Pauli ist auf Platz 1, hat ordentlich Vorsprung und Dynamo Dresden ist, glaube ich, hinter Ulm und hinter Regensburg oder vor Regensburg. Ich glaube sogar vor, Zweiter. Ja, könnte sein, dann sind sie Zweiter, aber Ulm ist auf jeden Fall auf Platz 1, was völlig überraschend ist. Aber beide dürfen gerne aufsteigen. Also Pauli in die Erste und Dresden in die Zweite. Und wir hoffentlich im Laufe dieser vier Saisons mit Pauli nicht nur in die Erste, sondern vielleicht auch in Richtung Europa. Das seht ihr natürlich in diesem Video. Ihr seht auch jetzt nochmal im Hintergrund ganz kurz das Regelwerk eingeblendet. Gerne kurz Pause drücken, Screenshot ein volles Programm und Liebe da lassen. Ganz, ganz wichtig. Wenn euch das Video gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt im Kommentar, was wollt ihr mit weiteren Teams in wie vielen Saisons auch immer sehen. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Checkt wie gesagt das Video bei Dennis ab. Und ich würde ganz kurz sagen, das ist jetzt hier ein bisschen spontan. Dennis, du weißt da noch gar nichts mit davon. Es ist nämlich ein richtig geiler Zufall. Wir haben vor der Aufnahme schon mal ganz kurz über meinen Bart gesprochen. Dennis. Digger, was machst du denn jetzt hier? Ja, ja, ja. Also das wisst ihr nicht, aber bei mir sieht es immer vogelwild aus, wenn der Bart recht lange ist. Dennis, ich würde dir jetzt ein Bild schicken. Ja. Von mir. Und ja, du hast ja keine Facecam, aber ich glaube die Reaction alleine von dir rein, was die Audio angeht, sollte reichen. Leute, ihr seid jetzt live mit dabei. Zack, Bild ist gemacht. Dennis kriegt die Datei von mir rüber. Oh, Digger, was? Digger, was? Junge, was? Komplett weg. Oder einfach anderer Mensch? Einfach anderer Mensch, 15 Jahre, Junge. Völlig anderer Mensch, Digger. Ey, da sind wir ja wieder fast auf einem Alterslevel, Junge. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Alter. Kleiner, süßer Bubi, Digger. Wie süß. Aber hier, so ein bisschen gekürzt. Was heißt ein bisschen gekürzt? Komplett gekürzt. Ja, ordentlich. Also bis auf zwei Millimeter. Das noch ganz kurz hier als kleiner Spaß im Intro. Oh, ihr wisst, es läuft. Ich habe richtig Bock auf diese vier Saisons. Und wir wollen gar keine Zeit verlieren. 20 Minuten, die erste Sommertransferphase. Let's go. So, ein bisschen Spaß muss also sein. Unsere Mannschaft seht ihr im Hintergrund noch ganz kurz. Das hier ist die zweite Aufnahme. Bedeutet, das Video bei Dennis haben wir bereits vor zwei, drei Tagen aufgenommen. Da hatte ich noch den Bart voll. Deshalb jetzt alles weg. Nicht wundern, wenn ihr von Dennis kommt oder später zu Dennis geht. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Und das ist eine perfekte Überleitung. Ist die erste Sommertransferphase. Ich muss hier aber natürlich meinen Timer erstmal wieder auf 20 Minuten stellen. Und dann starten wir rein. 3, 2, 1, let's go. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung seht ihr im Hintergrund. Wir haben gute 8 Millionen. Auslaufende Spielverträge langfristig verlängert. Sehr, sehr viele Spieler auf der Verkaufsliste, die jetzt natürlich den Verein gerne verlassen dürfen. Irgendwie ist keiner wirklich sicher. Ich habe Bock. Es soll einiges passieren. Es sind vier Jahre. Und ein riesen Umbruch im ersten Jahr bringt uns, glaube ich, ordentlich Vorteile in Bezug auf die kompletten STG-Showdown-Seasons. Ihr wisst, was ich meine. Der erste Transfersummer steht in den Startlöchern, Freunde. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Verträge verlängert von ein paar Leistungsträger. Dazu aber auch schon einige Spieler auf die Transferliste gesetzt. Darunter auch eben in dieser Saison absolute Leistungsträger. Darunter Marcel Hartl. Also der ist ja komplett am Rasieren. Ist aber für den Karrieremodus jetzt nicht so komplett zu gebrauchen mit 27 Jahren, 74er. Gesamtstärke, allgemein Potenzial im Kader ist nicht vorhanden. Und dafür wollen wir am Anfang sorgen. Das sind all unsere Abgänge. Es gab keine Rücksicht. Auch Stammspieler. Und ich glaube, recht viele sogar davon haben den Verein verlassen. 5-5 für Jackson Irvine. Wir haben dann eingenommen auch 2,05 Bucalfa. Amenjido ist weg. 6-6 für Marcel Hartl. Ist die höchst eingenommene Ablösesumme. Und ansonsten auch Beträge, die sich wirklich sehen lassen können. Sodass wir jetzt bei 37 Millionen stehen. Allerdings natürlich auch bei einer Mannschaft, die deutlich ersatzgeschwächt ist. Wobei, wir brauchen nur eine neue 1. Also eine neue Nummer 1. Ein neues Dreiergespann im Mittelfeld. Und dann hätte man eigentlich schon alles ganz gut kompensiert. Und natürlich soll es nicht nur dabei bleiben. Sondern noch viel mehr drumherum passieren. Und genau das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Schritt. Kurz vor dem ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga haben wir einige Spieler verkauft. Mittlerweile bei 34 Millionen Euro Transferbudget angekommen. Normalerweise sind es ja, glaube ich, 8 Millionen Euro. Im Hintergrund seht ihr die Verkaufsliste. Also alle Spieler, die wir verkauft haben. Ich glaube, die höchste Summe waren 5,6 Millionen für Jackson Irvine. Nach den ganzen Verkäufen wird es jetzt auch endlich Zeit für Neuzugänge. Der erste davon ist Adon Yashari, 6er ZDM, 20 Jahre jung vom FC Luzern. Mit einer 72er-Gesamtstärke und ordentlichem Potenzial nach oben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Werdegang von Dian Dramei Heidenheim, Frankfurt, Ajax. Und dort mittlerweile zur Nummer 1. Er hat ein 71er-Gesamtrating. Er kennt die Bundesliga und die 2. Liga so bedingt. Bei uns lernt er sie jetzt so richtig gern. Und ich hoffe auch, die 2. wie die 1. Liga. Ein Jahr, 2. Liga ist das Ziel, um dann direkt ins Bundesliga-Oberhaus aufzusteigen. 3,6 Millionen die Ablöse für ihn. Und ich würde sagen, der nächste Step ist, dass wir drei neue Mittelfeldspieler holen. Zwei Achter und einen Zehner. Und die gibt es jetzt gebündelt für euch auch einmal direkt in der neuen Personalvorstellung. Ihr wisst ja, wie das ganze Thema läuft. Der Partner von Yashari im Mittelfeld soll der 19 Jahre junge Leslie Oguk-Chokwo werden. Ich hoffe, ich habe das ansatzweise richtig ausgesprochen. Bei Yashari waren es, glaube ich, 5,7, 5,8 Millionen. Für den guten Mann hier vom FC Chasey müssen wir doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Dazu hat er auch ein relativ hohes Potenzial, äh, hohes Potenzial, sag ich schon, hohes Gehalt mit 37.000 Euro die Woche. 25 oder was es gerade waren, reichen ihm aber aus. Und ja, ich hoffe, das wird sich auch lohnen hier. Für die Achterposition haben wir Amir Richardson, Marokkaner. Ich hoffe, den spricht man dann auch so typisch Englisch aus. Kam für 5,1 Millionen von Start Reim. Dann haben wir hier Yannis Constantilias für 5 Millionen. Das Ganze von Park ist unser neuer Zehner. Und auf der Acht, also neben Richardson, haben wir Leslie Oguk-Chokwo. Der Franzose also kam vom FC Chelsea für 5,6 Millionen. Matteo Prati, ein Mann, dessen Nachname mir schon diverse Male Probleme bereitet hat, soll dann das Dreier-Mitte-Feld mit Yashari und dem guten Mann von Chelsea, Oguk-Chokwo oder ich habe den Namen schon halb vergessen, soll auf jeden Fall das Trio kompletieren. Auch eine neue Nummer 1 soll es geben. Marek Rodak kommt von Fulham, 26 Jahre alt, 75er Gesamtstärke, Vertrag läuft aus. Wir werden noch andere Torhüter zur Auswahl stellen. Und ich hoffe einfach mal, dass Chris nicht auf Rodak gehen wird. Vielleicht aber schon, weil er ist schon mal ziemlich unscheinbar. Ich muss gucken, dass ich da noch ein, zwei andere unscheinbare mit reinnehme. Vielleicht ein, zwei Bekannte. Und dann müssen wir einfach hoffen und beten, dass es irgendwie klappt. Auf der Außenverteidiger-Position geht es dann direkt weiter mit Marco Ion. Das Ganze also von der TSG, von Hoffenheim. Wir müssen echt immer schauen, dass wir in die Verhandlung selber reingehen. Denn die meisten Spieler wollen nur recht kurze Verträge. Vor allem die Top-Spieler in Anführungszeichen. Maximal ein Jahr. Hier zahlen wir also 2,9 Millionen. Und Ion wechselt von Hoffenheim jetzt also zu Pauli. Und Agustin Guiai kennt ihr wahrscheinlich auch. Auch Saliacas und eine Million also im Tausch für das argentinische Rechtsverteidiger-Talent. Der jetzt von Lanzo Renzo, alles klar, San Lorenzo zu uns kommt. Kriegt wahrscheinlich mehr Gehalt als zuvor. Fast doppelt so viel. Damit ist er zufrieden. Und damit haben wir auch zwei neue Außenverteidiger. Wenn wir es so weitermachen, reicht es vielleicht sogar noch für einen Stürmer. Und in Tausch-Deals natürlich nur dann im Verbund auch noch für zwei neue Innenverteidiger. Wir haben jetzt mal wieder diesen Punkt im Showdown erreicht, in dem ich ja zu viel verkauft habe. Mich vielleicht eher auf den eigenen Kader hätte verlassen können. Gut, ich habe aber auch den einen Keeper, den wir noch hatten. Also den Stammkeeper, den ursprünglich nicht verkauft. Für den Fall, dass eben Rodak gesniped werden sollte. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen einsparen. Beim Rechtsverteidiger Marcelo Weigand kommt. Von Bokar Juniors. 23 Jahre jung. 72er Gesamtstärke. Vielleicht erstmal ein Downgrade. Langfristig aber ein Upgrade. Und genauso sind wir jetzt also dazu verpflichtet eigentlich sozusagen, beim Stürmer auch zu sparen. Julian Carranza kommt von Philadelphia Union aus der MLS. Hier zu St. Pauli anstelle von Johannes Eggestein. Der aber auch nicht das Riesenpotenzial hatte. Und Carranza hat sogar eine bessere Gesamtstärke. Ich wollte eigentlich Alan Saldivia. Das hat allerdings nicht funktioniert. Dementsprechend kommt jetzt Gerald Guantia. Eine Million und Eric Smith im Tausch. Ich glaube, so spricht man den aus. Zumindest immer die Kommentatoren bei Sky in Liga 2. Und dann haben wir noch Lorenzo Pirola für drei Millionen und eben Hauke Wahl im Tausch. Wir machen weiter, ja. Ich brauche noch einen neuen Stürmer. Und wenn wir dann noch einen neuen Flügel bekommen, haben wir glaube ich elf Neuzugänge. Okay Leute, damit steht die Mannschaft also. Ich bin nicht wirklich zufrieden. Es war Vogelwild. Ich habe viel zu viel verkauft, wie gesagt. Wir hätten Spieler behalten können. Deswegen ist jetzt auch Treu hier noch unser Linksverteidiger. Weigern dafür ersetzt. Also den besseren Spieler mit Zaliakas verkauft. Und ja, Treu ist noch am Start. Auch in der Innenverteidigung nichts gemacht. Dafür, wie gesagt, Drodak im Tor. Dreier Mittefeld komplett neu. Und Carranza vorne im Sturm. Ja, wie gesagt, ich bin nicht wirklich zufrieden. Zu viel getan. Und jetzt habe ich so ein bisschen Bange um den Aufstieg. Also die Mannschaft sieht schon nicht verkehrt aus. Aber es ist auch die Frage, ob wir alle Spieler behalten dürfen, wie immer. Spektakulärer Transfersommer. Matthias Arezzo, Johannes Eccelstein. Nur 3,39 Millionen. Er wechselt von Kanada jetzt zu uns. Und vielleicht sind wir noch gar nicht am Ende. Es ist nämlich nahezu eine Punktlandung. Rein finanziell betrachtet. Antonio Nusser wechselt also jetzt nicht mehr von seinem Ursprungsverein Brügge zu uns. Sondern der war mittlerweile jetzt von Brügge zum FC Turin gewechselt. Und von dort heißt es Elia Saad, bye bye und 2,65 Millionen weg. Und dann schauen wir zum Abschluss ganz kurz auf unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Bei der wir jetzt gar nicht so viel machen müssen. Hier noch Pirola mit rein. Und dann ist genau das unsere Truppe. Mit lediglich Afolajan. Der vorne rechts der einzig übrig gebliebene vom Anfangskader ist. Ich kümmere mich jetzt um die Bank. Man hätte noch immer Metz oder auch Treu theoretisch als Backup. Wir müssen einfach mal schauen, welche Spieler jetzt dann natürlich auch mit auf die Liste gepackt werden. Aber bis dahin können wir wirklich absolut zufrieden sein. Der erste Transfer-Sommer liegt also hinter uns. Jetzt geht es an Snipen. Und wir wollen es eigentlich recht kurz halten. Denn das Video wird so oder so schon natürlich lange gehen. Obligatorisch die erste Frage natürlich zu Beginn. Dennis, wie viele Neuzugänge sind es bei dir geworden? Sechs. Okay, bei mir sind es zehn. Digga, was? Ja. Digga, hast du die gesamte Mannschaft eingetauscht? Es ist lediglich Afolajan. Ich glaube, so rum betont man den noch übrig. Also ich habe mir schon bei ein paar Verkäufen gedacht. Ah, was werden die St. Pauli-Fans denken hier. Harten und haste nicht gesehen. Und du denkst dir einfach, St. Pauli-Fans hier, ich scheiße komplett auf euch, Alter, und eure Spieler. Ja, ich glaube aber, ich hatte ja auch Pauli-Karriere und so. Und ich kannte safe viele Spieler. Und ich dachte, komm, jetzt weg damit. Ich will einen großen Umbruch. Also das hat ja nichts mit Anti-Sympathie zu tun. Ganz im Gegenteil. Sondern vielmehr einfach damit, dass wir vier Jahre haben und einfach pushen wollen. Und pushen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Dennis, du bist der Gast. Erste Snipe-Phase. Stell deine erste Fünfer-Auswahl gerne vor. Ich puste mich hier gar nicht mehr nach den zehn Transfers, die ich hier gerade gehört habe. Das ist ja wirklich vogelwild. Auf jeden Fall. Erste Position, Keeper. Alle mit auslaufenden Verträgen sind auf jeden Fall aber Namen, die man, glaube ich, so... Ich glaube, niemanden habe ich bisher, wenn mich nicht alles täuscht, in der Auswahl gehört. Wir beginnen nämlich mit Sebastian Meza von Atletico Huracan. Der Lamborghini Huracan. Dann haben wir Ignacio D. Soll ich dir die Ratings vielleicht auch sagen? Ja, kannst du gerne machen. Okay, wir haben Meza mit 73. Wir haben D. Arua Barrena von Aruka mit einer 75. Diese 75 hat auch Rodak von Fulham. Alvaro von Aruka hat auch eine 75. Und Matthew Ryan von Alkmaar mit einer 78. Ach du Scheiße. Okay, crazy. Also der erste ist mir aber so Meza vom Namen her gar nicht mehr rausgegangen. Deshalb würde ich einfach den direkt einloggen. Okay, dann darf ich tatsächlich Marek Rodak behalten. Let's go. Okay, alles klar. Dann geht es bei mir doch direkt weiter, dass wir einfach ein bisschen vorankommen. Ich habe einen neuen Flügelspieler verpflichtet. Zur Auswahl gibt es da einmal Kevin Schade. Wir haben Antonio Nusa, den könnte man ja auf dem Flügel umtrainieren. Das gleiche trifft auch zu bei Ezekiel Ceballos oder Exekiel. Der ist mit X geschrieben, okay. Habe ich so auch noch nie gesehen. Wir haben Carlos Forbes. Nochmal bitte. Von Boca Juniors, der. Richtig, genau. Dann haben wir Carlos Forbes und wir haben zu Gute Letzt noch Christian Oliveira. Der ist von LAFC, also von Los Angeles FC aus der MLS. Ich gehe auf Forbes oder Ceballos und ich sage Ceballos. Dann darf ich Antonio Nusa behalten. Richtig, Junge. Geil. Auf geht's, weitermachen. Let's go. Ich bin hyped. Böse Stimmen würden sagen. Ich habe vielleicht bei den ersten ein, zwei Namen nicht zugehört, weil als du vorankommst und meins habe ich einfach vorankommen, von Luciano hier performt. Ja, ich habe es im Hintergrund eben wie gehört. Gut, danke Luciano. Liebe Grüße hinaus. Auf jeden Fall. Wenn Copyright kommt, dann tut es mir leid, Bro. Nee, auf jeden Fall. Position Nummer zwei. Es geht um einen neuen Achter. Und da haben wir, anders als bei der Liste zuvor, Top-Talente auf dem Zettel. Nämlich einmal Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt. Matteo Prati. Dann haben wir Arne Engels vom FC Augsburg. Wir haben Adam Warton, der mir irgendwie so noch gar nichts gesagt hatte. Aber auch ein sehr, sehr stabiles Talent. Genau, kann man aber auch zum Achter umtrainieren. Und Habib Diara. Jetzt muss ich tatsächlich gestehen, dass ich bei Warton ein bisschen hängen geblieben bin und dadurch alles irgendwie davor vergessen habe. Soll ich auch mal sagen. Also Prati würde ich ausschließen. Okay. Den letzten auch. Also Diara. Warton auch. Das heißt, was bleibt übrig? Die beiden Bundesliga-Boys, Larsson und Engels. Engels. Larsson. Okay, dann direkt ausgeschlossen Matteo Prati. Der gute Mann mit dem Namen, den ich am Anfang nie aussprechen konnte. Parti, Marti, Ratschati. Ist es auf jeden Fall geworden. Okay, alles klar. Dann mache ich direkt mal weiter mit der gleichen Position und mit einer Übereinstimmung, was die Position angeht. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Wir haben also einmal Hugo Larsson. Der war eben ja auch bei dir auf der Liste. Wir haben dann Gianluca Busio. Sagt dir mit Sicherheit auch was? Ja, der von Venezia. Ja, richtig. Venecia. Ich bin Italiener. Auf Paramagans. Ganz genau. Auf Venedig natürlich. Okay. Das ist richtig. Der ist bei Venedig. Aber ich glaube, der war früher mal in der MLS, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der war bei Red Bull New York oder so, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Das klingelt da, ganz leicht. Aber ja, MLS sagt mir auf jeden Fall was. Genau. Die Nummer 3 auf der Liste ist dann Leslie Ogu-Jukwu. Franzose vom FC Chelsea. Dann haben wir noch hier Mauriz Kjergaard und wir haben Elliot Anderson. Der ist von Newcastle. Das war wieder so ein Moment, wo ich leider auf einen Spieler gehen muss, den ich auch geholt habe, der nicht in der Auswahl drin ist. Und das ist Ugo-Jukwu. Ja, perfekt. Und aussprechlich ausgesprochen gut. Den darf ich jetzt erstmal wegpacken. Danke, Mulder. Den habe ich mir nicht tatsächlich verpflichtet. Oh, ist das hart. Oh, ist das hart, Alter. Oh mein Gott. Ich habe den vorher tatsächlich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht, Digga. Absolut nicht. Absolut. Ich chase ja aber auch immer so einen 50-Mann-Kader. Da kannst du auch mal den ein oder anderen übersehen. Ich dachte dann, wer zur Hölle ist das? Ich habe irgendwie gedacht, ist es Chukwu Eze? Ja, nee, nee, Digga. Ja, keine Ahnung. Aber naja, gut. Eine kurze Amtszeit von ihm bei mir. Aber egal. Weiter geht es mit der dritten und letzten Auswahl bei dir, oder? Richtig, so sieht es aus. Es geht nochmal um einen neuen Sechser. Also ich habe das Dreier-Mitte-Feld, also was ich habe, komplett neu aufgestellt. Und da haben wir auch wieder Top-Talente auf dem Zettel. Einmal haben wir Lukas Guana Duat von Red Bull Salzburg. Wir haben Yashari von Luzern. Wir haben Hayden Hackney von Millsboro. Ducouré von Straßburg. Und Bejicic von Liverpool. Hm. Ich gehe entweder mit dem Boy von Middlesboro, Middlesboro, wie auch immer. Und Hackney? Ja, und der vor Hackney war wer nochmal? Yashari. Ja, genau. Einer von den zwei. Ich gehe aber... Ich gehe mit Yashari. Ach, Mann, Alter. Du bist ein Arschloch manchmal. Ich hasse dich. Tut mir leid. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt Hackney. Ja, ich habe... Ich habe schon fest damit gerechnet. Ja, ich habe nicht Hackney, weil ich jetzt vorher schon so ein bisschen auch die Engländer irgendwie im Hinterkopf hatte und ich den auch schon zwei, dreimal zuletzt hatte. Aber es war tatsächlich ein Fifty-Fifty-Ding zwischen den zwei. Da wäre ich mal direkt irgendwie auf Gunnar Duart gegangen oder so, aber der sieht irgendwie so unscheinbar aus. Dann denke ich mal, du gehst auf ihn, weil er so unscheinbar ist. Mein Gott. Ja, es ist irgendwie immer so absolutes Fifty-Fifty-Ding. Es ist eine Farce, um es mal genau zu sagen. Es steht 1 zu 1 in Sachen Snipes und ich hoffe auch, es bleibt dabei, denn ich schließe die erste Sommertransferphase ab. Ich habe nämlich noch einen neuen Zehner geholt. Wir fangen einmal an mit Yannis... Nein, warte, warte. Neun Spielmacher. Ja, neun Spielmacher, genau. Und der Spielmacher ist eventuell Yannis Konstantelias. Das ist der Grieche von Paok. Dann geht es weiter mit Magnis Agliucce. Dann haben wir hier noch Thomas Suslov. Wir haben Alex Scott und wir haben Hakon Anna Harolson. Ich kenne nur Scott, ich nehme Scott. Okay, ich habe Konstantelias verpflichtet. Herzlichen Glückwunsch. Ist aber trotzdem geil, weil fünf Spieler bleiben safe bei dir. Ja, bei dir neun, Digga. Alles gut, tun wir mal so, als wäre das vergleichbar. Als hättest du nicht fast die doppelte Anzahl an Spielern safe im Vergleich zu mir. Also ich habe Ugo Chukwu, hatte ich auch schon gesagt, Prati, Rodak und meine anderen zwei Spieler, das sind zwei Argentinos, Weigand von Boca Juniors und Carranza von Philadelphia Union. Ja, Weigand ist der Außenverteidiger, gell? Richtig, Marcelo Weigand, genau. Ich habe eine neue Nummer 1 mit Dian Dramay. Ich habe einen Außenverteidiger, Agustin Giai. Dann habe ich hier Cheryl Quancar, ich glaube, so spricht man den aus, von Liverpool, der Innenverteidiger. Daneben habe ich Lorenzo Pirola. Ich habe Marco Ion als Außenverteidiger. Fürs Zentrum Amir Richardson, Marokkaner von Stad de Reyn. Oku Chukwu ist ja leider nicht mehr da auf der 10, Constantelias. Dann haben wir Arezzo als Stürmer und eben Antonio Nusser für den Flügel. Ja, muss ich mir merken, Digga. Einfach so viele Spieler holen, dass selbst wenn alle drei gesnipet werden, du noch sieben übrig hast, Alter. Ja, deshalb hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen ein ganz ruhiges Gewissen. Ja, ja, an der Stelle wäre ich auch, Digga. Ich würde meine Eier schaukeln, Junge. Aber es war auf jeden Fall geil. Es war spektakulär. Und deshalb würde ich sagen, weil wir hier sehr viel Zeit investiert haben, springen wir ans Ende der Saison. Denn es sind noch drei Jahre vor uns. Am Ende der ersten Saison angekommen, war es bei mir wirklich eine Katastrophe. Ich habe Spiele verloren, zwischenzeitlich. Also es war eine Katastrophe. 4-2 Fürth, 4-1 Hannover, 5-0 einfach gegen Hertha. Und das war leider nur das Hinspiel. Das Rückspiel haben wir 4-1 verloren. Ja, es ist wirklich völlig crazy, was hier abging. Und aus den letzten Spielen will ich euch noch ganz kurz zeigen, wir haben WN 1-0 verloren. Genauso auch Paderborn verloren auch gegen Fürth und Schalke. Dann gegen Elversberg verloren, aber dann auch davor gegen Lautern. Nee, Elversberg gewonnen, sorry, Sorum und Lautern dann verloren. Aus sechs Spielen ein Sieg. Das ist natürlich viel zu wenig und deshalb könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, mit dem Aufstieg wurde es so nichts. Es ist aber auch, oh mein Gott, also ich hatte gar keine Chance. Ich habe 50 Punkte, so viel schon mal ganz kurz vorweg. Ich bin auf Platz 7 und habe auf Platz 3 24 Punkte Rückstand. Die sind im 70er Bereich auf Platz 3. Ja, 74, dann 78 Hamburg, 80 Hertha. Was geht bei dir ab, Alter? Also ich muss leider Gottes sagen, bei mir ist St. Pauli, oder ich bin mit St. Pauli eher gesagt Zweiter geworden. Bei mir ist es gefühlt komplett andersrum. Schalke hat als Meister 79, dann komme ich als Zweiter 72, dann kommt ein mieser Downfall auf Platz 3 alleine. Schon 13 Punkte. Also ja, aber der Dritte hat bei mir 59 Punkte. Also das ist der absolute Wahnsinn im Vergleich zu dir, der Dritte 74. Ja, wenn ich mir so angucke, was hat der Letzte bei dir für Punkte? Zum Beispiel bei mir hat der Letzte 29. Also alle haben wirklich ordentlich Punkte gesammelt. Ich glaube, daran liegt es auch. Bei mir hat Osnabrück und Wiesbaden, also Wiesbaden, 25. Also das ist okay. Und dann kommt Braunschweig mit 30. Aber ich habe gerade auch mal durchgeschaut. Die schlechteste Defensive hat Braunschweig mit 54. Dann kommt Osnabrück 53. Dann Elversberg und dann schon ich. Ich habe 50 Gegentore kassiert. Ich habe 35. Ja, das ist dann absolut auch völlig gerechtfertigt. Also Glückwunsch erstmal an der Stelle auch zum Aufstieg. Das bedeutet für dich auch, Dennis, 16 Punkte in der Liga. Für mich gibt es 11. Wir verzetteln uns wahrscheinlich schon wieder viel zu sehr, weil ich immer irgendwelche Statistiken noch mit rauspacke im DFB-Pokal. Ganz kurz, wie viele Punkte gibt es da? Vielleicht kann ich ja ein bisschen was gut machen. Ich bin eine Runde weitergekommen gegen Hannover und dann gegen Bayern ausgeschieden. Also in Runde 2. Okay, heißt also ein Punkt für dich. Ich habe schon irgendwas gehört, Viertelfinale, ne? Ja, ich war im Viertelfinale, da habe ich aber dann gegen Leipzig 0-4 verloren. Ja, ja, genau. Aber in Runde 1 gewonnen gegen Nürnberg, dann gewonnen gegen Fürth und dann im Elfmeterschießen gewonnen gegen Dynamo Dresden. Ja, perfekt, Junge. Ich kriege Bayern, er kriegt noch Dynamo Dresden in Runde 3. Make it fair oder make it fair? Bisschen Losglück muss sein, weil es lief ja so in der Liga nicht. Ich habe keine Trainer des Monatspreises, das könnte wiederum für dich sprechen. Schauen wir mal, vielleicht... Ja, komm, Dinger, kein Heiziger. Ja, es ist so frech. Schauen wir rein, hatte ich nicht hier irgendwie einen Monat... Ja, okay, einmal unentschieden gespielt. Man, Dinger, ich hasse diese Trainer des Monatspreises. Die kriegt man einfach... Also ich habe keine Ahnung, was die Kriterien dafür sind. Ich habe hier zum Beispiel jedes Spiel gewonnen im November. Was wollen die von mir? Jedes Spiel gewonnen im Oktober. Ja, okay, einmal im September unentschieden gespielt. Ja, Mann, egal. Sei es gut. Es ist einfach immer wieder bitter, aber drei Punkte gibt es noch, bevor wir dann ins dritte Jahr gehen. Spiele ohne Gegentor. Marek Rodderkatz, neun Spiele zu null. Okay, habe ich sieben. Ist gar nicht so übel, aber geht an dich. Vorlagen habe ich zehn von Party, Prati. Ja, voll, da habe ich elf. Okay, und Tore müsste an mich gehen, Dinger, Karanza, 26. Ja, da habe ich Afolajan mit 20. Also ist trotzdem auch sehr stark, aber die Punkte gehen an dich. Wir zählen zusammen, es sind 19 bei dir, es sind 15 bei mir. Vier Punkte Rückstand. Klar ist natürlich, wir lassen jetzt einfach mal so, wie es ist. Denn selbst wenn Dennis jetzt im Jahr der Bundesliga nicht ganz so gut performt, kriegt er natürlich da erstmal ein bisschen weniger Punkte. Ich dafür dann mehr in der zweiten, in der Hoffnung, dass ich danach ziehe. Und dann reguliert sich es wahrscheinlich wieder. Wir schauen einfach mal, wenn wir aber hinten raus merken, das war total unfair, weil ich dann schon deutlich besser bin aufgrund zwei Jahre zweite Liga, als Dennis jetzt nach dem Aufstieg. Dann, wir checken das ganze Thema einfach ab. Aber für euch gibt es jetzt erstmal wieder Konferenzschaltung, 20 Minuten. Ich glaube, es wird lange nicht so spektakulär wie im ersten Jahr. Zumindest nicht bei mir. Bei Dennis kommt es wahrscheinlich auch drauf an. Ich mache jetzt 15 Transfers. Ja, vor allem auch, wie viel Geld dann auf dem Konto ist. Ja, aber vielleicht bei meinem Glück, Digga, wirst du, obwohl du nicht aufgestiegen bist, selbes Budget haben wie ich. Ja, hätte ich kein Problem damit. Ich schon. Könnte auch nicht ganz so unrealistisch sein. Aber wir springen auf jeden Fall ins besagte zweite Jahr. Und da seht ihr uns wieder in der Konferenzschaltung. Okay, Leute. Vorsprung ist am Start. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen dürfen. Wir sind in der Bundesliga. Wir müssen diese Truppe Bundesliga ready machen. Und die Zeit dafür beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Das Transferbudget hat ein ordentliches Upgrade bekommen von 9 auf 29 Millionen. Das ist gutes Geld für die Bundesliga. Und mal gucken, was wir damit machen können. So, da haben wir jetzt auch den ersten Neuzugang für die neue Saison. Das ist Ezequiel Fernandes. ZDM aus Argentinien. Von Bokka Juniors wird der, ja, Ersatz nach einem Jahr mäßig für Aron Yashari, nachdem er gesniped wurde. Wir sind jetzt erstmal beim VfL Osnabrück. Denn ich wurde tatsächlich hinten raus einfach entlassen. Ja, auch mit der Cheat Engine. Da passiert das leider. Ich habe mich aber beworben. Hier, dank der Cheat Engine kann ich zurück zu Pauli. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht über vier Saisons immer das gleiche Problem. Aber das ist jetzt erstmal fix. Ich werde aber auch jetzt, weil das ist ja eben mein Problem, den Timer einfach schon mal laufen lassen. Denn 3, 2, 1, let's go. Ähm, ja, okay. Hier geht's weiter. Ich wollte gerade schon sagen, was ist los? Edi Terzic, den ich natürlich mal wieder ausgewählt habe, ist also zurück beim FC St. Pauli. Und wir haben eigentlich gar nicht so viele Baustellen. Denn diese Jungs haben definitiv was wieder gut zu machen. Für die Bundesliga braucht es deutlich bessere Innenverteidiger. Da sind wir gerade mit einer 71 und 72er Gesamtstärke unterwegs. Lucas Martínez-Guarta von der Fiorentina mit einer 78er Gesamtstärke wird da unser erster Mann für die Innenverteidigung. Der Partner von Martínez-Guarta ist anders als er selber ein junges Talent. 21 Jahre alt, Alejandro Francese kommt von Saragossa, müsste es glaube ich sein, mit einer 75er Gesamtstärke und einem Potenzial von 82. Von meinem geliebten 1. FC Köln haben wir jetzt einen neuen Achter. Deniz Hussein Basic, zuletzt auch neu nominiert für die bosnische A-Nationalelf, die es ja leider nicht geschafft haben, sich für die EM zu qualifizieren. Aber naja, Deniz Hussein Basic ist auf jeden Fall mit am Start und ist natürlich jetzt unser neuer Achter. Jessen wird jetzt auf jeden Fall ersetzt. Der ist auch in 10 Ratingpunkte schlechter als eben Hussein Basic, der eine 72 hat. 5 Millionen Mark wert und Achtung, die Ablöse somit dank auslaufendem Vertrag und Weiterverkaufsgebühr. 2,1 Millionen. Absolut lächerlich. 30 Millionen Euro für Julian Carranza von Marseille, die bekommen wir für unseren Stürmer, der im ersten Jahr ziemlich die zweite Liga zerschossen hat. Und jetzt müssen wir eben mit dem Geld ihn ersetzen, das wird aber safe möglich sein. Der Nachfolger für Carranza, das ist aber kein Talent, sondern der mittlerweile 27-jährige Dominic Calvert-Lewin, der ehemals glaube ich ein relativ gutes Talent sogar im Karrieremodus war, mit Potenzial nach oben und vieles mehr. Erreicht hat er das Ganze aber nicht und ja, vielleicht kann er aber in der Bundesliga zu seinem Potenzial zurückfinden und hoffentlich viele Tore für uns schießen. Duarte ist unser zweiter und zugleich dann letzter Neuzugang für den Transfers Nummer 2.0. Wir hatten 10 Millionen von vornherein, wir sind halt eben auch noch nur in Liga 2. Dennis hatte glaube ich 29, das ist in Ordnung, aber er ist halt auch eben aufgestiegen, das hat er sich natürlich dann auch verdient. Jetzt also Duarte hier, ich glaube der kommt aus der Super League, wenn mich nicht alles täuscht. 20 Jahre jung, hat eine 73, Afolajan ist noch immer da für den Fall eben, dass er gesnipet werden würde. Dann hätten wir den Engländer noch in der Hinterhand. Wir sind fertig, ihr seht wieder Dennis. Und zu guter Letzt Leute, der allerletzte Transferwitter, neuer Flügelspieler, Erdin Diggenski, ist von seiner Laie zu Heidenheim bei Werder Bremen zurückgekehrt und wechselt jetzt also direkt zum Zweitliga-Aufsteiger, zum nächsten sozusagen nach Heidenheim, jetzt also zu St. Pauli. Damit sind meine Transfers endgültig abgeschlossen, für ihn zahlen wir 8 Millionen Euro. Ich bin sehr, sehr zufrieden, hätte nicht erwartet, so viel wird gehen. Wir haben aber auch ein bisschen anderen Weg eingeschlagen sozusagen, nicht auf die absoluten Top-Talente gegangen. Ganz im Gegenteil, also eigentlich ist der Einzige mit wirklich gutem Potenzial Frances und vielleicht noch Ezequiel Fernandes. Der Rest sind halt ältere Spieler mit nicht dem größten Potenzial. Es geht wahrscheinlich jetzt deutlich schneller, denn bei mir sind es nur zwei Neuzugänge und vielleicht drehen wir den Spieß um. Ich meine sechs Neuzugänge, Dennis, bei dir im ersten Jahr waren ja nicht wenig. Wie viele sind es denn jetzt geworden? Elf. Nee, oder? Nein, Spaß. Achso, ich dachte, ich dachte ja so, oh mein Gott. Ach was, elf wäre natürlich ein Träumchen, aber nee, dafür haben die finanziellen Mittel ein bisschen gefehlt. Okay, alles klar. Dann starte ich doch gerne rein diesmal in dem Fall. Es sind dann dementsprechend auch nur zwei Fünfer-Auswahlen. Ich habe ja im letzten Jahr meinen Achter verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Spieler das war, den du gesnipet hattest. Ugo Chokwu oder so. Ah, genau, richtig. Ja, dementsprechend brauchte ich Ersatz. Und vielleicht ist dieser Ersatz Maximo Perrone, vielleicht aber auch Lamine Camara. Dann haben wir hier Dan Niel. Wir haben Dennis Hussein-Basic und wir haben zu guter Letzt Gianluca Busio wieder. Der war, glaube ich, im letzten Jahr auch schon auf der Liste. Ja, ich würde aber auf Perrone gehen. Der ist doch am Anfang verliehen, ne? Richtig, genau. Ich wollte den öfter schon holen, habe immer gesehen, der ist verliehen am Anfang und deswegen nehme ich ihn jetzt mal. Okay, ich hatte tatsächlich auch, bis auf den, den ich transferiert hatte, die ersten vier Spieler schon auf der Wunschliste. Die waren aber alle zu teuer, weil ich wollte ja auch noch einen weiteren Spieler verpflichten. Und deshalb ist es Hussein-Basic geworden. Ah, okay, wäre ich nicht draufgegangen. Das ist doch der von Köln, ne? Jawohl, richtig. Ja, den habe ich ausgeschlossen wegen Köln halt. Ja, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass du sagst, ey, nur wegen Köln. Bei Köln bin ich immer dann so, ja, weg damit, Junge. Das macht er nur, weil er denkt, ich gehe dann darauf, weil er Kölnfeld ist, so wie ich sehe. Sehr schön. Position Nummer eins bei mir. Es geht um meinen neuen Innenverteidiger. Ich glaube, ich habe noch einen Backup am Start, aber die Gesamtstärke, die dieser Neunziger mitbringt, ist deutlich besser. Deswegen, wir haben auf dem Zettel alle mit auslaufendem Vertrag. Unai Nunez von Athletic Bilbao, Martinez Quarta von der Fiorentina, Boschalli von Eindhoven, Udukay von Augsburg und Kumbula von der Roma. Ich tendiere zwischen Kumbula oder Udukay. Deshalb gehe ich Bauchgefühl wie du auch. Nicht mit so mäßig Lieblingsteam oder halt die Roma, die er mit mir in Verbindung hat, sondern gehe einfach mit Udukay, der, glaube ich, recht unscheinbar ist, aber stabil. Und gerade für die Bundesliga, der kennt sich da aus. Ich gehe mit, ja komm, ja, ich gehe mit Udukay. Okay, check. Dann, Martinez Quarta kennt sich zwar nicht in der Bundesliga aus, aber ich vertraue dem Bruder, der wird da schon rocken. Okay, also dann ziemlich ungefährdet auf jeden Fall. Dann darf der da bleiben. Wir haben zu Gute Letzt bei mir noch einen neuen Flügel. Vorteil ist, Afolajan ist noch da. Für den Fall, ich dürfte den Spieler hier jetzt, also den neuen Flügel behalten, würde ich Afolajan abstoßen, dass der auf jeden Fall spielt. Wir haben zur Auswahl einmal Oskar Bob, das ist der von Manchester City. Wir haben dann Octavian Popescu. Wir haben Rooney Baci. Wir haben dann Williard Svetberg. Das ist ein Schwede, der eigentlich in der Liga spielt, hier dann schon zu Meurei Renze gewechselt ist. Kann man auf dem Flügel umtrainieren. Und wir haben noch Anderson Duarte. Wo der ursprünglich herkommt, weiß ich nicht. Hier war er auf jeden Fall in der Super League. Oder ist er noch in der Super League. Ja, ich gehe mit, weil ich ihn nicht holen konnte, da er schon gewechselt ist, Popescu. Der ist bei mir tatsächlich auch schon gewechselt. Spielt noch immer beim FC Chelsea. Und bei mir ist es tatsächlich Anderson Duarte geworden. Uruk war ja, war hier von, ich weiß gar nicht, wie die Mannschaft hieß. Ansonsten wäre ich halt eh auf den Positionswechsel gegangen. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe den Namen schon vergessen. Wer wäre das mit Positionswechsel? Achso, der ZL-Spieler, ja, der Schwede da. Den habe ich einfach noch zu guter Letzt noch so mit rausgebracht. Ja, dachte ich mir, vielleicht könnte ja mal jetzt irgendwie passiert sein. Okay, check, dann kommen wir zu meiner letzten Liste. Letzte Liste des Snipes hier, der Snipe-Phase, wie auch immer. Ja, ähnlich wie die Innenverteidiger-Auswahl. Alle mit auslaufenden Verträgen. Alle auch ein bisschen älter, muss man sagen, an der Stelle. Wir haben auf den Zettel einmal Dominic Calvert-Lewin. Wir haben Ozone Eduard von Chris the Palace. Wir haben Belotti, der bei der Roma am Start ist. Wir haben Sanabria, ebenfalls aus Italien. Und Martin Therrier mit Positionswechsel als Stürmer von Stadrin. Therrier ist so krank. Ey, der ist eigentlich richtig gut, aber ich glaube zu gut. Und Eduard war eigentlich sofort mein Pick. Ich habe bei den anderen so gedacht, nee, kann nicht sein, weil Eduard sogar leicht so den Kopf geschüttelt. Und ich hoffe, dass das Schütteln bei dir zu dem Kopf schütteln wird. Also von links nach rechts, weil ich ihn dann vielleicht gesnipet habe. Ich gehe mit Eduard. Ja, ich gehe von oben nach unten, weil Mr. Dominic Calvert-Lewin am Start geblieben ist mit seiner 78er-Gesamtstärke. Also hier wurden einige günstige Moves gemacht. Daneben habe ich noch verpflichtet Ezequiel Fernandes als meinen neuen Sechser von Boca Juniors. Neben Martínez Cuarta Frances von Saragossa ist es, glaube ich, auch Innenverteidiger Spanier 21. Und Erndingchi ist dann mein Flügel, hat mich im Heidenheim-Video überzeugt, soll es jetzt hier auch bei St. Pauli richten, meinem nächsten Aufsteiger. Okay, sehr, sehr geil. Bedeutet also, es gibt keine Snipes, nicht wundern. Das habt ihr bei mir gerade gesehen, während Denis seine fünf Spieler vorgestellt hat. Ich habe Afola Bayern abgestoßen, ganz einfach mit dem Hintergrund. Der hat das gleiche Rating wie Duarte und ich will, dass Duarte spielt, weil er eben das deutlich bessere Potenzial hat. Es ist ja eben der Co-Trainer. Ich meine, Denis und ich können davon Bücher schreiben, wie oft einfach irgendwie der Co-Trainer Spieler zum Einsatz bringt, die warum auch immer dann in der Start ist. Genau das ist halt auch das Problem, weil immer Leute sagen, ja, der Kader ist nicht breit genug und so, das wissen wir. Nur das Problem ist, wenn wir dann mal versuchen, den Kader breit zu halten, dann werden immer die Spieler, die Rotation oder irgendwie Perspektivspieler sind gefühlt, dann auf einmal eingesetzt. Also kriegen dann irgendwie sieben, acht Einsätze. Dann teilweise ein Backup-Keeper, der 60 hat, wird nicht eingesetzt. Aber der dritte Keeper mit 50 hat dann auch für drei Einsätze. Also es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Ja, definitiv. Und genau das ist das Problem. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja gar kein Problem in diesem STG-Showdown. Wir wissen auf jeden Fall gleich mehr und sind schlauer am Ende der zweiten, nee, am Ende, am Ende der zweiten Saison. So rum, ich kann schon nicht mehr reden, aber da sehen wir uns jetzt. Hier sind wir dann. Wir sind also am Ende der zweiten Saison. Bei mir bin ich extra nochmal nach ganz, ganz unten. Ich bin ja noch in der zweiten Liga. Das ändert sich. So viel nehme ich schon mal vorweg. Ja, komm, Dennis ist eine Liga höher, deshalb soll er gleich erst nach mir dann mal auflösen. Für mich gibt es auf jeden Fall eigentlich 20 Punkte, also die Anzahl der Teams in der Liga abzüglich der Platzierung, in dem Fall Platz 1, plus drei Punkte für die Meisterschaft. Allerdings, weil ich in Liga 2 bin, haben wir gerade nochmal kurz gesprochen, es gibt auf jeden Fall zehn Punkte. Denn ich halbiere das ganze Thema, bin ich bei zehn. Und Dennis, du bist bei wie vielen Punkten in der Bundesliga? Bei zehn. Auch bei zehn, okay. Ich bin achter Platz. Wir hatten kurz geredet, in der Hinrunde lief es viel zu gut. Also da habe ich Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen, ich war vierter. In der Rückrunde lief es dann leider nicht mehr ganz so gut. Da hätten wir halt vielleicht irgendwie, jetzt wo ich sehe, ein bisschen belastend, neun Punkte, Abstand nur auf den vierten. Also wenn wir da ein paar Spiele weniger verloren hätten, auch unnötige Niederlagen gegen Bremen oder sonst wen, wäre vielleicht was gegangen. Aber ich will mich nicht beschweren, Junge, Platz 8 nach dem Aufstieg. Das ist schon was Feines. Das ist richtig stark. Und vor allem denke ich mit weiteren Transfers, erst nächstes Jahr Europa definitiv in greifbarer Nähe. Ja, im Pokal heißt es, wie viele Punkte jetzt für dich? Wir überspringen ja die erste Runde. Weil ich wieder mal Bayern als Gegner hatte. Achso, okay. Aber als Bundesligist ist ja die Einstiegsrunde die zweite diesmal bei dir, weshalb ich die erste bei mir auch überspringe. Da habe ich gewonnen. Dann habe ich gewonnen in Elversberg, gewonnen gegen Bremen. Und dann war ich im Viertelfinale. Ja, und habe gegen Dresden verloren. Ja, Digga. Geil, Junge. Dresden holt sich die Rache zurück nach dem letzten Jahr, wo du sie rausgehauen hast. Das ist echt unglaublich. Aber auf jeden Fall bleibe ich so mit in greifbarer Nähe. Ich wollte vorhin noch anteasern. Der erste Monat bei mir im zweiten Jahr war direkt der, wo ich den Trainer des Monatspreises bekommen habe. Und ich dachte so, ja komm ey, drei, vier sind Trainer. Ja, das war der erste und auch der bis jetzt immer noch Einziger. Es ist nichts weiter dazugekommen. Gott bless, dass die Hinrunde gut war, weil ich habe auch einen. Okay, also Gleichschritt. Statistik, ja, wir haben ja beide 18 Teams in der Liga. Dann sollte das eigentlich soweit passen, oder? Ja, passt auf jeden Fall. Deine Gegner heißen Schalke, Düsseldorf und Nürnberg. Meine Gegner heißen Bayern, Dortmund und Leipzig. Kleiner Spaß, nur. Roder Cut, sechs Spiele zu null. Okay, da habe ich einen neuen mit Ramey. Die meisten Vorlagen? Dann, ja, fünf. Fünf? Fünf. Okay, da habe ich zehn bei Loser und auch bei Hussein Basic. Ja, fair auf jeden Fall. Dinksi hat 16 Tore. 20 bei Aretha. Ja, komm, ich wäre dafür, dass du alle deine Statistiken halbierst, dann würden die auch alle an mich gehen. Ja. Ach so, aber ich könnte die Punkte halt tatsächlich halbieren, oder? Nein, das war's, das war's, die kannst du gerne alle haben. Okay, wie steht's denn jetzt insgesamt? Das muss ich vielleicht erst mal wissen. Elf, dann bist du bei 30 Punkten. Ich bin bei zwölf, 13. Vier, 16. Heißt, es würde 31 zu 30 Stand jetzt für mich stehen. Oh, du. Komm, komm, kannst du haben, Digger. Wir starten rein in Saison Nummer drei. Ich hoffe einfach mal, meine Mannschaft, die schon Richtung 80er Gesamtsteiger im Kollektiv geht, bleibt einfach am Ballen und dann wird das hoffentlich trotzdem ein Sieg für uns werden hier. Ach, bevor ich es vergesse, der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Und wir gehen direkt mal in die ersten Verhandlungen. Wir müssen mal schauen, gehe ich ins Risiko? Und Dennis Hussein Basic im Tausch und dafür einen neuen Achter? Ich weiß es noch nicht. Aber ihr kriegt natürlich auf jeden Fall alles mit in der Konferenzhaltung. Wie gewohnt, also erstmal rüber zu Dennis. Okay, Leute, kleiner Rückstand auf Chris. Dafür sind wir jetzt aber schon das zweite Jahr in der Bundesliga. Die Mannschaft sieht stabil aus. Wir haben aber weniger Budget als Chris. Er hat 29, wie wir letztes Jahr, und wir haben 26. Keine Ahnung, warum. Egal, Leute, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und dann schauen wir einfach mal, was wird. Vielleicht ein, was heißt vielleicht, eigentlich ein neuer Linksverteidiger, neuer Keeper, vielleicht auch ein neuer linker Flügel. Wobei Saad das aber eigentlich auch echt nicht schlecht macht, muss man ganz ehrlich mal zugeben. Mal gucken, was geht. Also Linksverteidiger und Keeper safe. Vom einen Lieblingsverein geht es zum anderen. Natürlich kann man den FC nicht mit der Roma vergleichen. Aber Dennis Husimbasic, von meinem geliebten 1. FC Köln zu meinem internationalen Favorite-Club. Ja, es ist mein Lieblingsklub international. Die Roma verfolge ich ja schon extrem lange. Die Geschichte kennen viele von euch. Hat mit ihm hier zu tun. Ja, mein allererstes Trikot als Junge war eins von Totti. Und wir zahlen hier, ich glaube, 15 Millionen. Und Husimbasic im Tausch. Das Ganze also für den Capitano meiner Römer von meinem Kölner. Also, das ist Husimbasic und 15 Millionen für Lorenzo Pellegrini. Neu Nummer 1 ist gefunden und es wird Ledesma von Cadiz. Mit einer 82er-Gesamtstärke habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie was von gehört. Er startet aber auch bereits mit dieser 82er-Gesamtstärke. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Rodak, den ich aber auch jetzt erstmal behalten werde. Denn das ist mir ein bisschen zu risky, ohne Keeper am Ende dazustehen. Eigentlich sind Torhüter in Sachen Transfers immer recht riskant, was den STG-Showdown angeht. Hier allerdings nicht. Denn wir zahlen 4,5 Millionen für Kevin Trapp. Die 5er-Auswahl steht. Ja, bei ihm zumindest schon mal. Auf der Suche habe ich das schon mal so ein bisschen angepasst. Wir holen jetzt dann gleich noch die 5er-Auswahl für Pellegrini mit dazu. Und die an Ramay werden wir vielleicht verleihen. Ja, dann könnte der von einer 79 auf eine 81, 82, 83, vielleicht sogar mehr steigen. Und Kevin Trapp im nächsten Jahr automatisch ersetzen. Denn der ist schon 34, hat zwar eine 83, also aktuell primär besser. Aber ich denke, er würde sich eher verschlechtern. Und dann wäre das ein perfekter Tausch, wenn Ramay dann eben wieder zurückkommt. Und so ist Ramay eben ein perfekter Backup, gerade was das Snipe-Thema angeht. Mehr Risiko gehe ich dann beim Linksverteidiger ein. Das wird Maxim de Kuiper von Club Brügge. Hat zwar nicht das Riesenpotenzial, aber eine 78er-Gesamtstärke. Wir tauschen den bisherigen Linksverteidiger treu ein. Haben damit, glaube ich, auch nur noch Saad jetzt in der Startelf von der ursprünglichen St. Pauli-Mannschaft. Da gehen wir, wie gesagt, ein bisschen Risiko ein. In der Hoffnung, dass Chris ihn nicht sniden wird. Wir haben da auch noch Luca Netz und andere Namen zur Auswahl. Wird hoffentlich gut gehen. So schnell geht's, ja. Beide diesmal nur zwei Transfers. Ich hatte 29 Millionen, hatte nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ich weiß schon gar nicht, Dennis, wie viel Geld war es bei dir? Ja, 26. Ah, stimmt. Das war ja auch weniger. Ja, du hast weniger, stimmt. Uns sind da dann auf jeden Fall natürlich die Hände gewohnt. Ich hoffe, wir schaffen es vielleicht beide nach Europa, dass da nochmal ordentlichen Schub aufs Konto kommt. Aber selbst wenn nicht, wir haben jetzt schon eine echt richtig geile Mannschaft, die hoffentlich dann auch so bleiben darf. Denn es sind wahrscheinlich bei beiden von uns richtig geile Spieler mit dazugekommen. Ich bin nicht dran. Es ist das dritte Jahr und damit, Dennis, du wieder, gell? Ja, perfekt. Machen wir es kurz und schmerzlos. Neuer Keeper, allesamt 30 oder älter. Allesamt aber auch eine ziemlich gute Gesamtstärke. Auf dem Zettel haben wir einmal Nick Pope mit einer 84. Wir haben Bono mit einer 85. Ledesma von Cadiz mit einer 82. Rui Silva von Brea Bittis mit einer 81. Und Detrapo von Frankfurt mit einer 83. Ja, also die zwei, wo du das Rating dazu gesagt hattest, ist natürlich ein bisschen interessant jetzt, weil man die vielleicht so eigentlich nicht auf dem Schirm hat. Könnte aber auch nur Ablenkung sein. Ledesma oder so war der eine, ne? Genau. Ja, ich glaube, ich gehe mit dem. Goldene Mitte und der sagt mir so ein bisschen was, also auch unscheinbar. Also würde ich einfach mal mit dem gehen. Na super, dann habe ich auf jeden Fall richtig gehandelt, indem ich Rodak behalten habe. God bless. Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott. Ich habe aber tatsächlich bei mir auch noch immer Dian Dramay behalten und bin auch so ein bisschen auf die Routineschiene gegangen, was einen neuen Torhüter angeht. Wie auch bei dir ist Kevin Trapp bei mir auf der Liste. Wir haben natürlich, der darf nicht fehlen, der Schweizer Schokolade, der Jan Sommer. Dann haben wir noch Peter Gulashi, wir haben Wojciech Schessny und wir haben zu guter Letzt noch Emiliano Martinez. Weiß ich nicht, Digga. Trapp oder Emiliano Martinez. Gebe Trappo. Ja, er ist es geworden. Oh, let's go. Oh, da habe ich wenigstens meine Ehre zurückgeholt kurz. Also das heißt aber jetzt auch, ich habe bei dir auch den Snipe getroffen, ne? Ja, ja, klar. Der ist mal schon weg, Bro. Das heißt, beide Torhüter sind dann auf jeden Fall weg. Gut, dann geht es jetzt noch bei dir um welche Position? Es geht um einen neuen Linksverteidiger. Oh, okay. Bin ich gespannt. Genau, da haben wir auf dem Zettel einmal Ruggeri von Atalanta Bergamo. Wir haben De Kuypa von Klubbrügge, Ismail Jakobs, kennst du ja bestimmt, von Monaco. Wir haben Tom Rote zurück beim BVB und Luca Netz bei Gladbach. Ich würde tendieren zwischen Luca Netz und Ismail Jakobs und ich gehe diesmal nicht mit dem Kölsche Jung, sondern mit dem vom großen Krivalen und würde Luca Netz nehmen. Ja, leider hatte Kollege Netz beziehungsweise Gladbach kein Interesse an Treu, deswegen konnte ich ihn leider nicht holen. Klubbrügge hatte Interesse, deswegen ist es Maxime De Kuypa geworden. Ja gut, der hat ein stabiles Potenzial, aber den habe ich recht früh ausgeschlossen, weil der glaube ich als Startrating nicht ganz so gut ist und ich halt eben nicht wusste, wie sich die Außenverteidiger so entwickeln mit der Zeit. Aber ja, darfst du gerne behalten. Das heißt Treu, also der noch vom Anfang. Ja, genau. Ich habe auch noch Sard in der Startelf, Bro. Der war doch immer Startelf bei dir? Ja, Sard ist auch noch jetzt noch Startelf, Bro. Ah, okay. Ja, Sard, 78er Rating, Junge. Der Bruder ist am Ballen, kommt auch erst mal von der Transferliste runter. Es tut mir leid, Bruder. Ja, sehr, sehr stark. Okay, dann machen wir es doch ganz kurz Es gibt auch einen, der auf der 10 eigentlich zu Hause ist, kann man problemlos zurücktrainieren und es gibt auch Sechser, was aber bei mir kein Problem ist in der Formation. Wir haben einmal Adrian Rabiot, wir haben dann Frank-Yannick Cassier, wir haben Lucas Torreira, wir haben Lucas Pellegrini und wir haben... Lucas Pellegrini? Wegen Lucas Torreira, Lorenzo Pellegrini und Xaver Schlager. So rum. Äh, Torreira. Oh Gott, es ist Pellegrini geworden. Nein! Junge, einfach Lucas Torreira und Lucas Pellegrini. Ja, moin, man kennt ihn. Perfekt, ja, man kennt ihn nicht. Lorenzo Torreira und Lucas Pellegrini. Alles klar. Genau, also Lorenzo Pellegrini darf dann behalten werden, dann haben wir immerhin zwei Snipes und auch zwei, die behalten werden dürfen und dementsprechend trat weg, Ramay wieder die neue, alte Nummer 1 und wir ans Ende der dritten Spielzeit. Noch ein Jahr steht uns dann also bevor. Dritte Saison ist zu Ende. Ich das erste Mal in der Bundesliga angekommen. Für Dennis ist es das zweite Jahr. Dennis, im letzten Jahr war es, glaube ich, bei dir. Lass mich mal ganz kurz bei den Punkten schauen. Platz 7, kann das sein? Nee, 8. Platz 8, okay. Ja, dann bedeutet das für dich jetzt bessere Punkte? Ja, zum Glück. Aber ja, deine eine Ehrenrunde in der zweiten Liga ist halt wahrscheinlich ein Vorteil, weil die ganzen Talente sich da gut entwickeln konnten. Aber ich will mich nicht beschweren. Platz 5 ist völlig in Ordnung für die Truppe, die ich da bisher kreiert habe. 53 Punkte aber nur. Also ich weiß nicht, was ich letztes Jahr für Punkte hatte. Ich glaube ähnlich. Und da war ich halt 8er. Also dieses Jahr auch in den letzten Spielen das ganze Ding irgendwie geholt. Punkt leicht mit Hoffenheim hinter uns. Eine Tordeferenz besser. Ein Punkt vor Wolfsburg. Zwei vor Gladbach auf der 8. Also das hätte auch mal wieder ein bisschen anders ausgehen können. Bin ich ehrlich. Aber ist ganz cool, denn da sind wir im Gleichschritt. Ja, ich habe zwar 10 Punkte mehr auf dem Konto mit 63, aber trotzdem gibt es für uns beide 13, was den Showdown angeht. Ich habe 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen und auf Bayern. Also Platz 3 wäre auch noch drin gewesen. Ich hätte vielleicht nur ein Spiel mehr gewinnen müssen. Aber ja, ansonsten ist es dann so, ein Punkt vor Frankfurt und dann ja auch schon ein bisschen Vorsprung auf Stuttgart. Aber es war ziemlich eng. Ich habe tatsächlich auch nur 10 Punkte Rückstand auf dem ersten. Also von daher war auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Im DFB-Pokal war es bei mir gar nicht spannend. Bremen da im Finale gegen Köln. Erste Runde lautern und direkt auf den Sack bekommen. Ich hatte erste Runde. Heidenheim habe ich gewonnen. Let's go. Und dann Runde 3. Union Berlin. Kryptonit muss los. Okay, das heißt aber, der eine Punkt in der Differenz, den wir jetzt hatten, noch am Ende der zweiten Saison, ist damit jetzt erstmal zunichte gemacht. Also wieder aufgeholt. Heißt, es ist richtig geil auch für euch, dass die Spannung garantiert bis zum Ende bleibt. Ich habe keine Trainer des Monatspreises in der Bundesliga. Okay, das heißt, die Statistik entscheidet jetzt. Geht es mit einem Unentschieden oder einer Führung für dich und oder für mich dann halt jeweils in das nächste und zugleich letzte Jahr. Torhüter zu 0. 6. Habe ich 11. Die haben Dian Tramay. Was ist das für ein Rating mittlerweile? 82. Ja, 79, bin ich lost. Vorlagen habe ich 10. Also geht auf dich, habe ich nur 7. Und Tore, bitte, 19. 18. Ja! Hattest du bei Vorlagen 9? Was nochmal? Hattest du bei Vorlagen 9? Ne, 7. Okay, ja, okay, gut. Aber mir wäre nach 10 einfach 4 gekommen, habe ich belastet. Aber dingchi, Digga. 9 zu Tore. Absoluter Baller. Was soll ich sagen? Okay, der ist dann echt geil. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es steht dann 46 zu 45. Wir gehen ins letzte Jahr und vor allem mit drei Wettbewerbe und für uns beide auch in die gleichen Wettbewerbe. Es heißt also natürlich Bundesliga, national auch noch den DFB-Pokal und international die Europa League und die letzte Transferphase. Mal gucken, was noch geht. Wir sind im vierten und zugleich letzten Jahr. Die Kopfhörer brauche ich gerade nicht, denn Dennis ist ja eh stumm geschaltet. 20 Minuten starten in 3, 2, 1. Ab geht's. Und ich weiß nicht, was bei uns noch so geht. Ihr seht unsere Mannschaft im Hintergrund. Wo ist bitte unser Torhüter? Oh mein Gott, warum ist der auf der Bank? Ach so, vielleicht aufgrund des Abstoßen von Kevin Trapp. Ich weiß nicht, ich hatte gerade richtig den Schock plötzlich. 52 Millionen ist auch nicht ganz so weltbewegend, aber trotzdem, es soll ein bisschen was passieren. Ich will gucken, dass wir vielleicht einen neuen Stürmer holen. Die Innenverteidiger, ja, Quanchar oder Quanchar, Quanchar, wie auch immer, ist in Ordnung. Pirola hat auch Schritte gemacht. Constantelias, den könnte man verkaufen und Arezzo auch. Und dann holen wir einen neuen Stürmer und einen neuen Zehner, also aka Spielmacher und dann bin ich eigentlich auch zufrieden. Okay Leute, die letzte Saison steht an. Es ist unfassbar knapp in den Punkten. Gleiche Wettbewerbe, die Mannschaft muss sich unbedingt verbessern. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Ich glaube, wir müssen uns auch von Saad jetzt trennen. 80er Gesamtstärke, Kevin Lohin vorne, wahrscheinlich dasselbe. Also wir müssen viel machen, weil ich will wirklich die Mannschaft auf Niveau bringen, dass wir vielleicht in jedem Wettbewerb irgendwie die Chance haben, das Ding auch zu gewinnen. Zwei Abgänge. Es hat jetzt funktioniert. Constantelias wechselt zum FC Arsenal für 32,8 Millionen und Arezzo liegt intern nach Leverkusen für 43,2. Gehen wir jetzt aufs Konto. So haben wir hier 113 Millionen, brauchen also einen neuen Zehner, einen neuen Stürmer und wollen dann gucken, dass wir Gas geben und das also so mit einem Durchschnitt von guten 55 Millionen wahrscheinlich, was jeden Neuzugang betrifft, was ja nur zwei sind. Ist ja ganz klar. Erfolge im Karrieremodus beginnen hinten im Tor und so verpflichten wir also als erstes Thibaut Courtois, 90er Gesamtstärke, genau das, was wir brauchen und ja, Riesenangst. Wir werden Testegen, Alisson, Oblak und Emiliano Martinez dann eben aufstellen und wenn er überlebt, dann Gott bless. Frances wird eingetauscht, dafür kommt Jared Brandthwaite von Paris Saint-Germain, hier mittlerweile der Vertrag läuft aber auch da aus, genauso wie er bei Everton ausgelaufen wäre und damit haben wir schon mal mehr Gesamtstärke und mehr Potenzial drin. Partner von Brandthwaite wird dann Malik Chau werden, den wir vom AC Milan verpflichten. Hier tauschen wir Kuwata ein und zahlen nochmal was hin, 10 Millionen obendrauf. 50 Millionen glatt also für Evan Nilsson, der ist beim FC Porto eigentlich so richtig bekannt geworden, würde ich behaupten, zumindest was das europäische Thema im Fußball angeht. Hier ist er mittlerweile bei Brighton, Hove, Albion und Did Serbi hat also 50 Millionen akzeptiert, er ist 26, hat eine 84 und genau das ist so unser Fahndungsraster, in dem wir eben gesucht haben, was das Rating, was das Potenzial und das Alter angeht und vor allem auch das Geld, denn das ermöglicht uns natürlich jetzt noch problemlos einen zweiten und dann auch schon wiederum letzten Neuzugang. Aslani wird dann der nächste Spieler, den wir verpflichten von Inter Mailand. Auch hier tauschen wir Fernandes ein, unseren bisherigen Sechser und zahlen was hin, irgendwie 7 Millionen obendrauf und dafür kriegen wir aber auch hier 82er Gesamtstärke und Potenzial nach oben. Let's go Leute, wir machen weiter und ich glaube, wir haben vielleicht sogar noch die Möglichkeit, einen einzigen Transfer zu tätigen, Dürrenville kommt jetzt hier als unser neuerlicher Flügelspieler. Ich habe auch fast hart eingetauscht, der ist noch 26 Millionen wert, ein bisschen obendrauf bezahlt und Dürrenville sollte noch durch den Positionswechsel gut steigen. Einen letzten Transfer gibt es aber noch, wir tauschen Dominic Herbert-Lewin direkt einzahlen, keinen Cent obendrauf und dafür kommt Nikola Kristović hier von Letcher, sein Vertrag dürfte ebenfalls aus, 26 Jahre alt, zwar in Anführungszeichen nur eine 80er Gesamtstärke, aber ich glaube, wir können noch viel aus ihm rausholen und anders als Dominic Herbert-Lewin hat dieser Junge noch das Potenzial oder der Mann eher gesagt mit 26. Nicht nur unscheinbar, sondern auch der einzige Spieler, der einen auslaufenden Spielervertrag hat, auch unserer 5er-Auswahlliste, die ihr jetzt dann natürlich gleich beim Snipen wieder seht, Sebastian Schimanski ist also hier bei Fenner. Schimanski, Schimanski, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, auf jeden Fall ist er 27, hat eine 84 und ist eigentlich gefühlt komplett identisch zu dem Deal, was wir mit Eva Nilsson eben abgewickelt haben, nur dass wir ein bisschen weniger zahlen, profitieren natürlich von einem auslaufenden Spielervertrag und haben damit auch die vierte und jetzt letzte Sommertransferphase erfolgreich abgeschlossen. Wahrscheinlich seht ihr nochmal Dennis, dann geht es ans Snipen und hinten raus natürlich schon ans endgültige Punkte zählen. Es ist bis dato ein Kopf-an-Kopf-Rennen und jetzt seht ihr es hier auch gleich nochmal, Schimanski ist jetzt an der Geschäftsstelle vom FC St. Pauli angekommen. Ein letztes Mal Snipen und gleich geht es dann auch schon direkt ans Ende der Saison, denn wir wollen endgültig Punkte natürlich zählen und schauen, wer diesen Showdown gewonnen hat. Für mich war finanziell leider nicht ganz so viel möglich, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich habe auch nicht so viel riskiert, aber zwei Stammspieler sind gegangen und dafür sind zwei Neuzugänge da und Dennis, bei mir sind es zwei, bei dir sind es wie viele? Gib mir kurz einen Moment, ich muss kurz was an der Formation hier gucken, weil ich bin gar nicht sicher, was die Position angeht, aber es sind auf jeden Fall mehr. Ich darf schon ein paar hier safen in dem Fall, um genau zu sein, habe ich sechs Transfers. Oh, okay, krass. Ja, dann bin ich wieder dran, glaube ich, gell? Ja, müsste ich wieder sein. Dann starte ich doch einfach direkt mal rein, denn ich habe meine Zehner und meinen Stürmer verkauft und beim Stürmer starten wir jetzt also mit der Fünfer-Auswahl rein. Wir haben einmal Brian Brobey, es geht dann weiter mit Eva Nilsson, wir haben Gabriel Jesus, wir haben Santiago Criminis und wir haben Maxi Bayer. Also schlechtestes Rating 83, bestes 85. Ich gehe mit einem der beiden Brasilianer, Jesus, hier war Nilsson. Hier war Nilsson. Ja, perfekt, habe keinen Stürmer mehr. Oh, nein, Bruder, es tut mir leid. Er war leider auch der Einzige mit Jesus, den ich mir hätte leisten können, die anderen waren auch viel zu teuer, wobei Maxi Bayer hätte, glaube ich, auch noch gepasst. Ich wollte auch sagen, Maxi Bayer wäre eigentlich so mein erster Gedanke, aber ich dachte, nee, Digga, wahrscheinlich so Deutscher wäre. Ich habe eigentlich eh geguckt, alle mit auslaufendem Vertrag, aber die waren alle schon gewechselt, also keiner davon hatte mehr auslaufende Verträge. Fühlig, 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 fühlig. Aber egal, so ist es halt. Haben alle aber einen auslaufenden Vertrag und da ist auch keiner gewechselt. Wir haben auf dem Zettel Keeper-Position, hatte ich auch noch vergessen zu erwähnen. Okay. Da habe ich mich verstärkt, weil letztes Jahr Ledisma oder wie der hieß, wir haben selber schon vergessen, das ist der Start. Genau, wir haben auf dem Zettel altbekannte Namen. Alisson, Oblak, Courtois, Ter Stegen und Alex Remiro. Davon sind übrigens Alisson und Remiro, glaube ich, die einzigen mit einem Auslaufenden. Die würde ich aber ausschließen. Also Alex Remiro hätte ich sowieso ausgeschlossen, Ter Stegen auch und Alisson schließe ich dann auch aus. Das heißt, es bleibt übrig, Courtois und Oblak. Richtig. Gehen wir mit Oblak. Uff. Junge, 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 Junge. Musste ich hier immer schwitzen in den Showdowns. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Kurtois, wie viel hat der? 90. Ach, krass. Okay, perfekt. Ja, also ich will natürlich auch wissen, was dann später deine anderen Transfers noch sind. Ich hoffe aber, dass ich wenigstens einen von mir behalten darf aus der nächsten Fünfer-Auswahl. Es geht um den neuen Zehner. Schlechtestes Rating 84, Bestes 86. Wir haben Lukas Paketa, wir haben Beretschi, Etsy, Isi, weiß nicht, wie man den ausspricht. Wir haben Prahim Diaz, wir haben dann Sebastian Schimanski und wir haben noch zu guter Letzt Charles de Cattellare. De Cattellare. Charles de Cattellare, wie ich ihn immer früher genannt habe. Aber ich würde mit Eze gehen von Crystal Palace. Okay, der ist hier mittlerweile bei Sociedad und da bleibt er auch weiter. Ich habe mich von Fener mit Schimanski verstärkt, der dann also auf der Zehner-Position ein bisschen was machen darf. Aber er hat ja leider niemand mehr, den er vorne bedienen kann, außer, Achtung, ich schaue mal ganz kurz rein, den Winter mit einer 66. Halleluja. Das ist gut entwickelt bei dir. Ich glaube, der Start mit 50 oder so. Ja, gut, das ist ein, ja. Kleiner Trost, ich weiß nicht. Kleiner Trost, ja. Okay, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Letzte Liste, glaube ich, auch, oder? Ja, genau. Innenverteidiger. Auch hier alle mit auslaufenden Verträgen. Wir haben Ousmane, Diomande, wir haben Jean-Claire Tordibo, wir haben Jared Brunthwaite, Kevin Danso und Giorgio Scalvini. Brunthwaite oder Scalvini. Scalvini hatten wir schon lange nicht mehr. Der war irgendwie immer so ein Typ, den man hatte und vielleicht ist er ja jetzt dann auch wieder zurück. Brunthwaite hatten wir noch nie und deswegen freue ich mich, dass du zweimal, äh, Digga, du hättest meine beiden Spieler so wegmachen können, Alter. Weil du dich beide Male für die letzten zwei und dann ist mein Spieler dabei entschieden, aber dann falsch, ja. Muss los. So ist es halt. Aber gut, ein Spieler bei mir ist weg, bei dir dürfen damit alle sechs bleiben. Wir wissen, welche die ersten zwei waren. Courtois und jetzt eine gute Let's Brunthwaite. Genau, dann haben wir dann eben noch Malik Chau als Innenverteidiger-Partner. Aslani fürs Mittelfeld, da habe ich Fernandes eingetauscht. Dürenwil als neuen Flügel. Saad hat uns auch verlassen, leider Gottes. Und Nikola Kristović, würde dir auch noch was sagen, habe ich Kevin Louis eingetauscht. Zwar ein Rating weniger, erstmal ein Downgrade, aber mit mehr Potenzial und so wird da hoffentlich was gehen. Okay, dann hoffen wir, dass die Jungs das Potenzial natürlich ausschöpfen, denn wir wollen eigentlich richtig geile Ergebnisse. Und hinten raus natürlich dann auch noch gucken, wer den Showdown für sich entscheidet. Aber jetzt schauen wir erstmal auf beide FC St. Pauli-Mannschaften, die das ganze Thema regeln sollen. 1. Juni ist der Stichpunkt oder der Stichtag vielmehr. Und da sehen wir uns jetzt gleich zum Abschluss Punkte zählen. Hier sind wir dann. Bevor wir gleich auf jeden Fall unsere Teams nochmal vergleichen, gehen wir jetzt natürlich rein und gehen alle Wettbewerbe durch. Und für das, dass ich keinen Stürmer hatte, also Winter mit der 66, falls er das Video sieht, liebe Grüße an der Stelle an dich. Ich habe 73 Punkte und bin Zweiter. 73? 73, ja. Tschau, Digga, damit wärst du Meister bei mir. Und du bist Meister, oder? Ich bin Meister. Aber auch auf die Bayern, Thema Bayern an der Stelle mal kurz erwähnt. Ihr habt es ja vielleicht vorhin gesehen. Die verfolgen mich einfach überall hin. Ich kann nicht mal kacken gehen, oder dass Bayern mich da in Ruhe lässt, zumindest nicht in Ruhe lässt, eher gesagt. Ja, wir sind punktgleich, 70 Zähler an der Zahl. Eine Tordifferenz mehr, weil wir ein Tor weniger gefangen haben. Das hat die Meisterschaft entschieden. Let's go! Sehr, sehr stark. Und vielleicht entscheidet es auch schon den Showdown. Sind nämlich, ja, mit einem Punkt Vorsprung sind wir jetzt zum Ende reingegangen, 46, 45. Und jetzt sind es alleine vier Punkte halt mehr für dich. Es kommen im Pokal bei mir keine dazu, weil ich gegen Paderborn direkt rausgeflogen bin. Bei mir kommen vier Punkte dazu. Ich war im Finale, habe es aber leider gegen St. Pauli, sei schon gegen Leverkusen verloren. Runde zwei waren wir gegen Ingolstadt. Runde drei die Bayern. Wer auch sonst? Richtig. Viertelfinale Hannover, Halbfinale Hertha, Finale Leverkusen, muss los. Okay, ja gut, aber dann sind es jetzt schon insgesamt neun Punkte Vorsprung. Die sind nicht mehr einzurollen. In der Europa League war ich nämlich auch nur Dritter. Ich bin also abgestiegen in die Conference League. Aber ich bin Erster geworden. Hä? Und dann habe ich trotzdem im Achtelfinale Bayern als Gegner gehabt. Digga, ihr wollt mich doch alle rollen. Also okay, das heißt dann, zwei Punkte für dich? Ja, genau. dann gucke ich mal die Conference League und das habe ich nämlich schon mitbekommen. Juhu, die habe ich immerhin gewonnen. Heißt also, ein Punkt für die Gruppe, ne? weil ich halt runtergehe, dann eins, also zwei, drei, vier, sechs Punkte gibt es. Kriege ich dann nicht vier Punkte? Europa League war noch zwei oder nicht dann, oder? Ja, aber ich war ja, ich habe ja Conference League. Ja, aber ich meine jetzt meine Punkte. Ich war ja, ich bin ja weitergekommen in der Europa League, bis ins Viertelfinale. Ja, in der, achso, ja, aber die Vorrunde, achso, nee, stimmt, bei die, nee, hä? Ich war ja Erster. Ja, das heißt, die Vorrunde übersprungen, aber die Vorrunde überspringen, die Gruppe überlebt, zwei Punkte und dann Achtelfinale, zwei Punkte, oder nicht? Ach, Achtelfinale war dazwischen, okay, ja, ja, klar, ich dachte, es war da dann direkt die Bayern. Bayern war Achtelfinale. Nee, dann, dann, auf jeden Fall, dann heißt das vier Punkte für dich, sechs Punkte gibt es für mich, ich habe nämlich, ja, die Conference League gewonnen, das nimmt man auf jeden Fall gerne mit und vielleicht noch ein paar Trainer des Monatspreise. Einzige Titel hier im Video, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, außer Zweigliga-Meisterschaft halt. Ja, und du jetzt? Und jetzt Meisterschaft, stimmt, ja, genau. ähm, Trainer des Monatspreise? Ähm, zwei! Ja, perfekt, ich habe auch zwei. Maschallah, ey, was ist denn jetzt los, okay, dann also ist natürlich klar, Dennis hat das Ding mittlerweile schon gewonnen, aber ich würde sagen, hey, es ist trotzdem nochmal überraschend spannend geworden, ich dachte eigentlich, es wird deutlicher. Ja, also wenn ich Zweiter geworden wäre, dann wäre das wahrscheinlich noch echt, äh, bis jetzt, für dich zu entscheiden. aber Pokal hat halt auch ein bisschen zerstört bei mir, direkt mit Paderborn. Aber sagen wir mal, ich werde Zweiter, du nur Erster, äh, du Erster, ich werde nur Zweiter, dann haben wir die Pokalpunkte schon wieder drin, dann holst du sogar mehr in der Conference League und dann wird sich das wahrscheinlich echt in den Statistiken entscheiden. Ja, wobei ich glaube, ohne Gegentor, es ist zwar zweistellig, aber gerade so, bei 50 Spielen ist es zu wenig. Okay, ich habe 16. Ja, okay, ich habe nur 10, also das ist so. Löwe, Digga, Löwe mein Bär. Vorlagen, Matteo Parati, 15. Da habe ich 11. Und Tore, Ehrendingchi, 86er Rating, 22 Tore. Ich habe 30. Stark, aber mir hat es auch ein bisschen zu doll aufgeteilt. Ja, bei mir dahinter dann 12, 12, 11, aber Lorenzo Pellegrini hat einfach 30 Toren geschlossen. Lorenzo Pellegrini, ja, crazy, das erinnert mich an, wer war das nochmal? Fratesi, Fratesi, der gute Mann, auch mit 80 Millionen Toren. Ich habe Christovic, 17, Dürrenwe 16, Aslani, 13 dahinter, also schon nicht schlecht. Wollen wir die Mannschaft nochmal vergleichen? Ja, wir vergleichen die Mannschaften, aber lass mich ganz kurz noch, ich bin nämlich parallel hier schon am Rechnen. Ah ja. Es ist also ein 78 zu 68. Also, ja. Zehn Punkte. Genau, zehn Punkte, das sind dann eben vier aus der Meisterschaft, vier auch aus dem Pokal und jetzt hinten raus auch in der Statistik. Also wie du sagst, wenn du vielleicht nicht Meister wirst, ich glaube schon. Wenn du Meister wirst, ich Zweiter nur, Pokal vielleicht ein bisschen nicht so erfolgreich ist bei mir, dann wäre das echt ein unfassbar knappes Ding geworden. Aber warst du auch richtig geil. Aber wie du gerade gesagt hast, lass gerne mal die Mannschaften auf jeden Fall vergleichen. Fangen wir hinten an im Tor. Bei mir ist Ramay 85, bei dir... Stark aber. Couture 90. Ja, gut, okay. Das ist stark. Dann Viererkette. Viererkette habe ich 81, 84, 83, 82. Okay, da habe ich 81, 85, 86, 87. Boah, Digga, what the fuck, Alter. Das ist crazy. Prati, 86, Ugo Chukwu. Nochmal einmal den wunderbaren Namen aussprechen. 83, Aslani, 84. Okay, habe ich 83, 85, 87. Ja, wieder besser. Los, Junge, vorne, Dreierangriff, Dingci, Christovic und Durinville. Ja, mit welchen Ratings? warte, Ratings. Geil, Digga, ich sage die Ratings. so wie sie, ja, ist ja klar, was du da hast. Fertig los. Nee, Dingci 86, Christovic 82, Durinville 84. Okay, ich habe 89 Duarte und ich habe 91 Nusa und habe dann 66 Winter. Ja, toll. Ja, gut, aber ey, wenn ich, glaube ich, Ewanilson behalten hätte, dann hätte ich safe eine bessere Mannschaft, oder? Ja, definitiv, definitiv. Aber gut, ich glaube, wir sind ja auch heute sehr, sehr anders herangegangen. Also, ich habe jedes Jahr eigentlich wieder neue Spieler für die Startelf geholt. Bei dir hast du zum Beispiel Ramay, erstes Jahr, ich glaube auch noch ein paar andere Spieler, so aus dem ersten, zweiten Jahr. Ja, ich habe halt einen dicken Umbruch direkt zu Beginn auch gemacht. Genau, richtig. Und bei mir ist das halt so jedes Jahr ein Umbruch eigentlich gefühlt. Ja, genau. Und vor allem war es bei mir ja auch so, wie das Dennis vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hat. Ich hatte eben auch zwei Jahre, wo sich die Spieler mit Potenzial in der zweiten Liga richtig gut entwickeln konnten, weil dann meine Ergebnisse automatisch natürlich besser waren, mit mehr Siegen in Liga 2, als es bei dir dann nach dem Aufstieg war. Aber von daher trotzdem Glückwunsch an der Stelle natürlich an dich, Dennis. 78 zu 68, wir sind somit am Ende dieses SDG-Showdowns angekommen, der euch hoffentlich gefallen hat. Ja, wenn dann, wenn dann, alles klar, ich kann schon nicht mehr reden. Wenn, dann, wenn ja, dann, ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Checkt das Video bei Dennis ab, erster Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder nächste Woche, würde ich jetzt mal anpeilen. Aber da kann Dennis vielleicht ja auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Keine Sorge, ich bin am Start. Ich habe nicht vor, wegzubleiben, so wie die letzten anderthalben Monate. Deswegen, nächsten Sonntag, 10 Uhr in alter Frische. Sehen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht auch vorher. Ich will aber nichts sagen, Leute. Deswegen, spätestens nächsten Sonntag, 10 Uhr. Was, was wollte ich noch sagen? Richtig, die Karrieremodusgötter haben entschieden, weil ich Elias Hart bis zur letzten Saison noch in der Startelf hatte. So, du hast die direkt komplett Startelf ausgetauscht. Ich habe die Tradition behalten, Junge. Der ist St. Pauli-Kern, er war am Start bis zum Ende. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr von meinem Kanal rübergekommen seid, auch hier, liebe da lassen, ein Abo und so weiter und so fort. Haut rein. Ciao.